Ja, ich bin Christiane Martin, Unternehmerin und Trainerin und ich liebe es einfach, Dinge einfach zu machen. Tue weniger und erreiche mehr ist ein Motto von mir und darum bin ich natürlich auch immer danach zu schauen, wo gibt es Lösungen. Und zum Thema Wäsche waschen bin ich jetzt seit vier Monaten wirklich glückliche Kunden bei Holger, denn er hat eine ganz tolle Waschkugel, die man einfach rein tut in die Wäsche, die wirklich richtig gut sauber macht. Und vor allen Dingen, weil zum Thema Haut habe ich auch so ein bisschen Empfindlichkeit, bin ich da natürlich auch immer so ein bisschen, na wie wird es? Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist einfach, es ist leicht und das Waschmittel kaufen wird einem erspart. Also geh am besten einfach mal ins Gespräch mit Holger. Einen grandiosen Tag. Bis bald.